Was? Nimmst du schon auf, Junge? Nimmst du schon auf, Junge? Was, wenn ich euch sage, dass ich schon auf bin? 1, 2, 3, 4, go ahead. Ja, wie ist schon los, oder was? Ja, los, wir mieten das Auto auf Zeit, Mann. 1, 2, 3, 4, go ahead, go ahead, das ist schon bald. Freitagabend, 18 Uhr, es gibt ne Show geknallt. Go ahead, go ahead, wir sind bereit. Wife on a wife, yeah, geht und sagt allen Bescheid. Go ahead, go ahead, das ist schon bald. Freitagabend, 18 Uhr, es gibt ne Show, die knallt. Go ahead, go ahead, wir sind bereit. Wife on a wife, yeah, geht und sagt allen Bescheid. Wir müssen jetzt nochmal aufnehmen, man hat mich gar nicht gehört. Ey, das kann man jetzt benutzen, so. Ich bin dafür, wir coveren jetzt nochmal ein Lied. Sorry, falls ich's verkacken sollte. Das ist in ihrem Boden. Go ahead, das ist schon bald. Freitagabend, 18 Uhr. 2, 3, 4, go ahead, go ahead, das ist schon bald. Freitagabend, 18 Uhr. Es gibt ne Show, die knallt. Ach, Mann. Wife on a wife, yeah, geht und sagt allen Bescheid. Super. Wife on a wife, yeah, geht und sagt allen Bescheid. Das darf doch nicht wahr sein. Go ahead, wir sind bereit. Wife on a wife. Alter. Was ist denn los? Go ahead, go ahead. Was ist denn jetzt los? Reiß dich zusammen. Sorry, ich krieg's grad nicht hin. 5, 1, a wife, yeah. So geht das jede Probe. Ich will mir das irgendwo aufschreiben. Das krieg ich das nicht hin. Oh, du raust überall deine Texte hin. Schreib's mir doch mal in deinen Kopf auf. Scheiß. Nee, das Yeah muss da hin, weil sonst passt das von der Rhythmik ja nicht. Okay, wollen wir vielleicht ein Doppel-Yeah machen? Ein Yeah-Yeah? 5, 1, a wife. Yeah-Yeah! Die cover'n ja eh nicht von... Nee, komm, das dürfen wir nicht so oft zeigen. Nee, die cover'n nicht, wir klauen. Das heißt, ich hab' die Haushalte Basically tout, ich nöwe viel Zeit, aber ich bin educational. Und jetzt kann ich mich wohl